Teinacher Mineralwasser. Einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher. Vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeck den Südenfernsehen. Heute bereitet für Sie Christian Schmid vom Hotel Graf Eberhard im historischen Bad Urach ein Zitronenquarkmus mit frischen Erdbeeren und Früchten der Region zu. Zu Beginn reiben wir die Schale einer unbehandelten und gewaschenen Zitrone. Nun weichen Sie die Blattgelatine in etwas Mineralwasser ein und erhitzen diese leicht. Zwischenzeitlich füllen Sie den Naturjoghurt in eine Schüssel, geben den Zitronenabrieb und frische Schlagsahne hinzu und verrühren das Gemenge leicht. Nun schaben Sie die kleinen Körnchen aus der Vanilleschote und geben sie mit dem Saft der abgeriebenen Zitrone in die Schüssel mit dem Joghurt hinzu. Daraufhin nehmen Sie die eingeweichte Gelatine vom Herd und geben diese zu dem Joghurtgemenge möglichst klumpenfrei hinzu. Nun füllen Sie die Masse in ein flaches Gefäß und stellen es für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank, damit die Gelatine bindet. Mit einem in heißem Wasser getauchten Esslöffel stechen Sie Nocken aus der Quarkmasse ab und setzen diese auf einen Teller. Garniert wird mit frischen und unbehandelten Früchten, Himbeer- und Schokoladensauce, Feingebäck, Krokant und frischer Minze. Einen guten Appetit wünscht Ihnen Christian Schmid und schmeckt den Süden! Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert Saisonale Kulinarik Genießerrezepte Weinempfehlungen Restaurant-Tipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnet-genießen.de